Esel geht nicht mehr wegen dem E von Ente. Ich überlege jetzt überhaupt mal, ob mir ein Tier... Hallo, hat es schon geklingelt? Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian. Wer ist denn dort am Telefon? Äh, die Nicole. Nicole, schön, dass Sie dabei sind. Nicole, jetzt wird es spannend. Haben Sie ein Tier gefunden? Ja, der Esel. Hm. Gerade habe ich noch gesagt, der geht leider nicht, weil wir ein E an erster Stelle bereits schon hatten. Bei Ente. Und es darf auch hier wieder in jeder Spalte von oben nach unten jeder Buchstabe aus dem Alphabet nur einmal vorkommen. E, äh, Z-E-B-U. C-B-U. Genau, genau. Das ist eine afrikanische Kuhantilope. Na klar, wer kennt sie nicht, ja? Also, jeden Tag auf dem Heimweg fahre ich an der vorbei. Eine afrikanische Kuhantilope. Genau. Ist richtig. Ja, super. Mensch, Sie haben gewonnen. Wie kamen Sie denn auf das Tier? Geht nicht mehr wegen dem L von... Mensch, das ging aber schnell. Halleluja. Herzlich willkommen. Hier spricht Sandra Arabian. Wer ist denn dort am Telefon? Halli, hallo. Halli, hallo. Gloria. Gloria? Lilo, die Lilo. Lilo, hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Sie haben aber heute gute Laune. Ja, doch. Lilo, welches Wort haben Sie denn bitte gefunden? Den V. Oh, das war das Spiel noch von vorhin. Da hätte nämlich der V gepasst. Wir sind aber leider schon beim nächsten Mal. Haben Sie den Fernseher gar nicht an, Lilo? Bunt mit T geht auch nicht mehr, ja? Ui, und da klingelt es. Jetzt wird es aber spannend. Herzlich willkommen. Hier spricht Sandra Arabian. Wer ist denn dort am Telefon? Hier ist Ulrike. 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 Mensch, schön, dass Sie noch wach sind. Das ist ja jetzt schon auch ganz schön spät mittlerweile. Ja, es geht. Och, ja. Also von und vor eins schlafe ich normalerweise, wenn ich nicht hier bin. Ulrike, jetzt wird spannend. Welches Wort haben Sie denn gefunden? Ich habe das Bier. Das Bier. Super. Und das ist auch... Richtig, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Warum? B, I geht. I? Ach, Herrje. E geht nicht wegen dem... E von Brei. Ich suche ein Wort mit vier Buchstaben. Und da klingelt es. Halleluja. Wer ist denn dort am Telefon? Hi, das ist der Franz. Mensch, Franz und Servus. Hier spricht Sandra. Wer ist... Hast du eine Lösung? Ja. Welche denn? Das Baby. Das Baby ist ja an und für sich sehr gut. Aber das schreibt man ja mit A und nicht mit E an zweiter Stelle, oder? War Ihnen das klar? Ist er noch da? Ne, da ist er schon wieder weg. Baby schreibt man ja mit A und nicht mit E. Jetzt haben wir gehört. Bier und Baby. Ich meine, das sind jetzt zwei Faltantworten. Liebe Regie. Hey, da kommt der nächste 100er. Da kommt der nächste 500er. Oh Gott, wer stoppt bitte jetzt dieses Geldband? Stoppen Sie bitte das Geldband. Es sind zehn Leitungen offen. Und da hat es jemand gestoppt. Mensch, was bin ich froh. Herzlich willkommen. Hier spricht die Sandra. Wer ist denn dort am Telefon, bitte? Hallo? Sprechen Sie mit mir? Drei, zwei, eins. Also so will ich jetzt das Spiel auch nicht abbrechen, ja? Mit gar niemandem am Telefon. Das war wie heute die Gewinnerin. Da will ich den Gewinn zielen. Dann währenddessen legt sie auf. Zehn Leitungen offen. Treppen Sie einen richtigen Moment. Falls Sie in die richtige Leitung. Es klingelt schon wieder. Das ist ja der Wahnsinn. Herzlich willkommen. Hier spricht die Sandra. Wer ist denn dort am Telefon? Hallo? Hier ist die Irene. Irene. Mensch, schön, dass Sie dabei sind. Irene. Welches Wort passt denn jetzt hier bitte noch rein? Beil wie Axt. Können Sie es bitte nochmal sagen? Beil wie die Axt. Beil wie die Axt. B-I-L. Ich meine, es hat wirklich sehr gut angefangen. Aber hier mit dem L am Ende. An vierter Stelle. Da klingelt es. Kurz nach eins und es klingelt, wie ich es mir gewünscht habe. Das freut mich aber. Herzlich willkommen in Sprengsammel Arabien. Wer ist denn dort am Telefon? Hallo, guten Abend. Hier ist Sabine. Sabine, schön, dass Sie dabei sind. Sabine, es geht mittlerweile um schätzungsweise knapp 3000 Euro. Ja. Welches Wort haben Sie gefunden? Ich habe das Bild. Das Bild? Ja. B-I-L. Ach, scheidungscheiße. Das L geht nicht mehr wegen dem L an dritter Stelle von Ball. Und das D von Bild geht nicht mehr wegen dem D an vierter Stelle von Bund. Was soll denn bitte das hier sein? Kann ich da reinschauen? Oh, wer hat mir denn da einen Brief geschrieben? Meine Damen und Herren, es freut mich wahnsinnig, Ihnen Folgendes verkünden zu dürfen. Denn mit oben drauf legen wir einen 40 Zoll LCD-Monitor. Genau diesen hier. Und jetzt gehen wir mal davon aus, Sie tratzen in die richtige Leitung. Allerdings nicht im richtigen Moment. Auch gut. Denn dann werden wir registriert. Ha, da hat es geklingelt. Herzlich willkommen, hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist denn dort am Telefon? Hallo, der Christian. Christian! Sag einmal, wieso bist du denn so spät noch wach? Wir haben ja jetzt gleich zwei Uhr in der Früh. Ja, ich habe heute tagsüber ein bisschen geschlafen. Oh, das ist eigentlich auch ganz praktisch. Christian, es geht um eine ordentliche Gewinnsumme plus LCD-Fernseher. Zwei Becken voll mit Geld. Welche Lösung hast du? Der Baum. Baum. Und das ist... Christian. Christian, ja. Der hat ja tagsüber geschlafen, der gute Buhr. Aber sag mir Baum. Und Baum geht ja nicht wegen dem A an zweiter Stelle von Ball. Vielleicht zwei Hunderter, die nochmal hier kommen. Bitte stoppen Sie jetzt das Geldband. 01379696969 aus Österreich. 0901 077. Dreimal die Acht. Und da klingelt es. Ich werde verrückt. Herzlich willkommen. Hier spricht Sandra Arabian von Money Express. Wer ist denn dort bitte am Telefon? Guten Abend. Guten Abend. Wer spricht dort bitte? Christian. Ich kann es leider nicht verstehen. Hallo? Ja? Ihre Lösung bitte. Berg. Berg? Hallo? Ja? Berg. 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 Scheinkleister. Das R von Büro. Deswegen geht es nicht. Ansonsten wäre Berg ja wirklich perfekt. Achtung jetzt. Und da ist es passiert. Herzlich willkommen. Hier spricht Sandra Arabian. Wer ist denn dort am Telefon? Hallo. Guten Abend. Hier ist Erika. Erika, Mensch, schön, dass Sie dabei sind. Erika, es geht um 6.740 Euro sicher. Ja. Du hast die Chance auf 50.000 Euro plus LCD-Fernseher. Welche Lösung haben Sie? Ich habe blau. B, L, A, U und Erika. Ja. Ich darf Ihnen schon mal zu 6.740 Euro gratulieren. Und diesem 40 Zoll LCD-Fernseher, der ist Ihnen schon mal sicher. Ja, super schön. Wahnsinn, oder? Ja. Und jetzt, Erika, spielen wir um weitere 50.000 Euro. Ja. Nennen Sie mir doch mal bitte drei Buchstaben. Das A. Mhm. Das 2. Noch 2. Ähm, das S. Mhm. Und das K. Und das K. Dreimal das Money Express-Zeichen hier wäre es gewesen, bedeutet, Sie werden jetzt um weitere 50.000 Euro reicher. Aber wie viel Zehner waren? Ich glaube, 20 Euro sind das nochmal dabei. Sprich, Sie haben 6.760 Euro gewonnen. Ja. Und den niegelnagel neuen LCD-Fernseher. Ja, schön. Das ist nicht schlecht, oder? Nein, das ist nicht schlecht in der Nacht um halb vier. Mitten in der Nacht. Frau, wissen Sie schon, was Sie mit dem Geld tun werden? Ich bin gerade umgezogen und da kann ich es ganz gut gebrauchen. Oh ja, so geht es mir auch. Ich bin auch gerade umgezogen. Bleiben Sie bitte am Telefon. Ich sage herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ja, danke. Allen anderen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht. Auch Ihnen nochmal danke fürs Zuschauen und fürs Mitspielen. Wenn Sie möchten, sehen wir uns Freitagnacht wieder ab 2 sogar. Und jetzt eine gute Nacht. Vielen Dank.